Produkte verzichten, das ist das Ding jetzt in diesem Januar. Viele Firmen machen mit, ne? Von den Supermärkten, über Burger King bis HelloFresh. Also überall steht vegan drauf. Ich esse eh hauptsächlich vegan, werde oft belächelt. Fun Fact, ich bin in der körperlichen besten Verfassung meines Lebens. Also bestätigt verarmt. Ich sage, es ist vegan. Ja, du musst ja nicht vegan sein, oder Veggie. Aber Big Mo's Musik Message ist eine kleine Anleitung für Einsteiger. Diesen Monat macht sie Pause, die Kuhmilch im Beutern. Nun auch keine Plattwurst, Bockwurst und ein Fräuler. Freu dich auf Grillgemüse, auf dem Speiseplan. Die Wurst besteht nur aus Erbsen oder Seltan. Oh ja, für einen Monat gibt es schon klar. Oder mit einfach Brot aus Mehl, aus Soja. Der Veganer kommt in den Raum und schreit es in die Menge. Viel Erfolg für die Veganerary Speise. Du bist ein Veganer, deine Wurst eine Banane. Es gibt kein Rind und noch kein Schwein. Du bist ein Veganer, deine Wurst eine Banane. Zum Fleisch sagst du ein Monat nein. Nein. Wie du sogar Seidage untergebracht hast. Also toll. Wenn ich muss, dann kann ich, dann probiere ich. Mal hast du das. Ich! 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 swojin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ab heute Happy! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ich bin so easy to replace. Ich bin so fast, dass ich die Wand. Ich bin so fast, dass ich die Wand. Oh, oh, oh. Ich bin so hard, was ich zu sagen. Und jetzt ist nichts mehr zu sagen. Und jetzt ist nichts mehr zu sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020